Alte Maa. HD. Toll. Hey Leute. Oh scheiße, die Horde kommt. Hey Leute, willkommen bei Day of Billions. Und sie kommt von Süden, Gott sei Dank. Da haben wir wenigstens schon was. Okay. Es geht schon los, es geht schon los. Ähm. Okay, ähm. Jetzt die Frage. Boah, hoffentlich kommen die von da. Das wäre natürlich super. Andererseits wäre es doch scheiße. Jetzt überlege ich kurz. Sollen wir hier schon mal... Nee. Ähm. Das hält die bestimmt auch auf. Die Frage, von wo die kommen. Ich sehe sie noch nicht. Ja, äh. Abrupter Start. Ich wollte eigentlich gerade die Aufnahmen starten. Dann so, oh, das kommt von dem Start. Und schon geht es los. Okay. Gut. Dann hat das der Oben erst mal erledigt. Dann können wir in Ruhe jetzt Häuser upgraden, oder? Dann wollen wir auf jeden Fall noch mehr Holzdingens, Moments. Guck mal, sieht das nicht grandios aus. Einfach schön. Ich müsste hier oben noch eins hinsetzen, aber... Okay, sie kommen von links, glaube ich. Es sieht so aus. Alles klar. Okay. Okay. Hoffentlich ist sie jetzt nicht größer als die davor. Energie fehlt immer noch. Scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir finden einen schönen Platz für dich, Energie. Wir finden einen schönen Platz für dich. Wir machen so. Dann können die wenigstens schießen. Ich weiß nicht, ob es eine bessere Modi dafür gibt. So, ist mir egal. Wie toll das aussieht. Okay, da kommen sie. Ich glaube, dafür reicht es nicht. Brauchen wir noch Arbeiter. Oh, da sind sie schon. Feuern! Feuern! Ich muss sagen, haben wir diese Wallisten. Ne, ne? Von da kommt die auch. Oh, nein! Haben sie sich aufgezahlt. Ich weiß es nicht. Wir müssen direkt hinter die erste. Warten, bis sie hier fertig sind. Und dann gehen wir da hoch. Da haben wir eine Balliste. Hier können wir nochmal weitergehen. Jetzt können wir nochmal verbessern. Das schaffen die so, oder? Okay, wir bauen jetzt erstmal nichts mehr. Piece of Cake, das schaffen wir schon. Hochmut kommt vor dem Aldemar. Immer. Dann gehen wir mal da hoch. Komm, dann können wir das hier mal wieder schöner machen. Bingo! Äh, okay. Immer noch. Geht mal alle mal Zombies töten. Ja, stimmt da... Bestimmt ein Anführer irgendwo dazwischen. Geht jetzt mal töten. Und dann werden wir das noch rausfinden. Oh, guck mal. Da sind noch ein paar Reste. Eine Güte. Wir brauchen jetzt aber echt bald mal... ...Bressere... ...Bressere Einheiten. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Vorher gut funktioniert. Jetzt geht's nicht mehr. Ja. Okay, jetzt müssen wir wieder nach oben gehen. Ist mir egal. Ich gehe jetzt hier nach oben. Okay, okay. Ich will jetzt nicht zu viel bauen. Wir brauchen bestimmt noch ein paar Ressourcen. So, jetzt müssen wir hier zumachen. Und hier unbedingt. Es wird sich irgendwann rächen, dass ich da so schluderig bin. Und ein paar da hochschicken. Ja, ja, ich sehe es ja schon. Guck mal, so ein moderner Zugsymbol. Moderner Zugsymbol. So, ab nach da oben. Oder? You pay. Ah, ich denke nicht Tim. So. Guck mal, wie viele Blondinen wir schon haben. Ja, vielleicht sind die Rothaarigen, finde ich die tolleren. Blondinen gibt's doch schon genug. Blond, blond, blond. Immer das Gleiche. So. Okay, okay. Okay, gut. So, dann lassen wir die mal schön alles töten. Dann können wir jetzt in Ruhe mal hier... Wir fehlen Arbeiter. Warum fehlen mir denn Arbeiter? Es sind doch ganz viele Häuser geupgradet. Ich stehe doch keine leeren Häuser. Oh, tötet ihr schön fleißig. So schön. Nee, tatsächlich nicht. Hat man irgendwie Minus-Arbeiter? Das kann auch sein. Ich hab das nur nicht mitbekommen. Niemals zu wenig Holz. Anscheinend. Das gehört? Ho, 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 ho. Wollen wir jetzt mal endlich eine Balliste? Das gibt's doch nicht. Aber wir haben hier keinen Platz dafür. Ich muss die... Oh, Mann, das gibt's doch nicht. Ich dachte gerade, da sind kostenlose Stein-Dingensbumens. So, jetzt bauen wir hier das Dingensbumens hin. Fünf. Hier müsste es eigentlich hin passen, aber geht nicht. Okay. Guck mal hier, das ist voll gut. Wir haben aber noch viel leider noch nix für blablablabla. Nix Gedingens. Okay. Okay. Guck mal, eine Farm entsetzen. Ups. Holz 30. Gut, dass wir noch ein Holz-Dingens gebaut haben. Boah. Wir gehen mal weiter noch rum. Ich will mal wissen, was da ist. Und wir bauen noch mehr Holz. Aha. So viele Mauer in diesem Gebiet. Das ist so blöd. Ach so. Deswegen, ja? Ja, wir bauen da jetzt auch mal ne Balliste hin. Ich glaube, die kann man ja reparieren, ne? Schade, aber ich könnte noch... Ich frage, ob mich das irgendwie blockt beim... So. Meine Güte. Ich habe mir jetzt mal ne Stoppuhr neben mich gestellt. Ich habe das schon mal am Anfang, an der Anfangs-Let's-Play-Zeit gemacht, aber irgendwann habe ich das sein lassen. Das müssen wir jetzt mal ändern, da eigentlich. Aber erstmal brauchen wir das hier fertig. More Arbeiter brauchen wir auf jeden Fall. Und Energie. Und Energie. Und... Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Ich glaube, ich habe mich gerade irgendwie selbst gedamaged. Müssen wir das halt neu bauen, was soll's. Sonst ist hier nichts, ne? Ich müsste jetzt mal auf die andere Seite gehen. Ich renne nicht irgendwie oben rum. Okay, guck mal, wie viel Wasser hier ist. Das ist doch cool. Äh, 372. Ich muss auch mal in die Pötte kommen hier. Meine Damen, kommen Sie da hin. Und da wird vorgerückt, jetzt mal. Perch die Zombies. Perch die Zombies? So, jetzt, aber geht nicht. Weil Arbeiter. Gut. Die guten Arbeiter. Arbeiter. Ist egal, ein bisschen weniger Holz oder so. Aha. Okay, okay. So, jetzt töten alle. Damit wir hier nur eine zweite Mauer hinbauen können. Guck mal, die Seite ist ja eigentlich ganz gut gedeckt. Wohl, da oben haben wir nur... Äh, ist mir egal. Wohl, da oben. Beifugnis. 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 Weiß man nicht zu weit vorne. Beifugnis. 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 So, jetzt haben wir mal Soldaten. Meine Güte, wir haben noch mal Zeit. Aber Holz, ey. Mein Schwein Walter, wollte ich sagen. Wollen wir mal noch Arbeiter. Ja, ich dachte, das wäre Holz, weil jetzt Nahrung. Na gut. Ähm. Was habe ich kaputt gemacht? Was war das? Was habe ich kaputt gemacht? Was habe ich gerade abgerissen? Scheiße, war das ein Haus? Scheiße, ich weiß nicht, was ich abgerissen habe. Das ist überhaupt nicht gut. Keine Farm. Stimmt ein Wohnhaus. Ich glaube, es war ein Wohnhaus. Oder was auch immer. Okay. Ich kann auch hier oben zumachen. Oder hier. Schön lang. Das soll mal die lieber auf die Türme machen, ne? Die sind besser auf den Türmen, glaube ich. Okay. Okay. Na toll. Was ist denn los? Ah ne, wir haben ein paar Häuser gebaut. Ich wollte gerade sagen, schon wieder alles weg. Energie. Wir machen erst mal die Energie. Okay. Jetzt fängt mir den Energie-Wahnsinn an. Da kommt eine Farm hin. Da kommt eine Farm hin. Da, äh. Da kann auch eine Farm hin. Oh, ist okay. Der Energie-Wahnsinn. Was ist denn der los? Zurück, Bitch. So. Was ist denn da Ballisten? Zwei Ballisten hinter? Immer noch Energie. Es braucht immer Jahre. Müssen wir mal testen. Ich hole mich eins nach vorne. Wenn das geht. Jo, das ist nicht so gut. Wir holen es mal so. Mit, äh. Da und da. Guck mal, die sind schon echt weit oben. Guck mal, hier ist noch mehr. Ist auch nicht schlecht. Wir müssen jetzt mal hier hin bauen. Das muss sogar noch besser verteidigt sein, als da. Da unten haben wir halt nix. Ich müsste die. Könnt ihr das hier neu bauen? Süden. Nevermind. Gut, scheiß auf den Norden. Scheiß auf den Norden. Warten wir mal auf welcher Seite. Ich finde immer noch Arbeiter. Wir werden es jetzt bald noch rausfinden, von wo sie kommen, aber... Die kommen wahrscheinlich von beiden Seiten sowieso. Gehe. Fier. R- Reporting for duty. Oh. Here we go again. Combinates vergessen hier. Nee, eigentlich nicht. Und dann noch einen rein. Okay, wahrscheinlich er wieder links. Wir messen mal in die erste Verteidigungslinie. Nein! Here we go again. Are you sure? Böse. You again? Yeah. Okay. Töten! 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 Ah, es wird schon gehen. Es wird schon gehen. Es wird schon gehen. Immer diese bescheuerten Arbeiter. Oh Gott. Stellung halten. Oh. Hat noch funktioniert. Alte Soldaten wieder zurück. Ja, der geht mal töten. Oh Mann, nee. Oh Mann, nee. So. Irgendwie, die Bahn kommt nicht bei der Welle, ne? Die Bahn! Kommt wenigstens pünktlich. Selbst in der Zombie-Apokalypse. Kann da so eine Bahn, die das nicht schafft. Geht mal schön weiter runter. Ist alles okay. Okay. Willst du die Soldaten auch mal irgendwie macken lassen? Dann können die auch mal ein bisschen trainieren. 15. Ich hab echt alle überall rausgelassen, oder? Das ist echt nur Arbeiter, das Problem. Oh, das kostet doch so viel Strom auch. Hier sind schon alle blondiert. Muss eigentlich die Soldaten kämpfen lassen. So, okay. Es wird spannend. Es wird spannend. Ah, die Zeit. Ich hab sie gesehen. Das bedeutet also, ich mach pünktlich Schluss. So, beleid. Leute, bis zur nächsten Folge der Billions. Also, bis dahin. Haut rein, Leute. Ich hoffe, ich hoffe das hier. Sonst rass ich aus. Haut rein.